Um ein gutes Eismann zu werden, du musst ja erstmal viel Geduld haben, viel Zeit aufwenden, musst du eine gute Zunge haben. Ich bin Sergio Dondoli, ich bin der italienische Botschafter des Gelato. Und ich bin auch ein Living National Tracer von diesem wunderschönes Land. Gelato ist eine schwierige Zusammensetzung, nur das gleiche Gewicht, den Geschmack, den Zutaten, macht das Differenz aus, also du musst dieses gleiche Gewicht finden. Gutes Eis ist ein gutes Eis, wenn die Zutaten gewählt werden nach Sinnen. Ich meine, man sollte die beste Zutaten versuchen, das macht das Eis auch. Die Grundzutaten sind natürlich Milch, weil Milche ist. Dazu brauchen wir ein wenig in der Mitte, ganz wenig Salz, Dextrosezucker, Saccharosezucker und natürlich auch ein wenig Mager mit Pulver. Also diese alte Maschine, es ist ein Musikinstrument. Ein alter Eis, man wie ich, hört an den Motoren, wenn das Eis bereit ist. Das ist ein Sirup aus Zucker, Bindemittel und Wasser. Machen wir diesen Sirup und dann tun wir die frischen Früchte dazu. Die Farbe steht ja auf dem Zutaten. Ganz einfach. Diese Maschine im Moment rührt, da ist der Rührwerk drin, die Gleitseite aber auf den Zylinder minus 25 Kälte bringt. Bis das Ganze seine Konsistenz richtig bekommt und dann haben wir das richtige Eis. Ja. Ich schaue das Eis..heden Tag. Eis zu messen ist ein Genuss. Also nicht stressig. Untertitelung des ZDF, 2020